Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Wir werden mal fürs Erste ein paar Mitglieder tauschen, so würde ich sagen. Und zwar, indem wir mit der Mogli reden. So, Gruppenmitglieder wechseln. Und zwar die gute Lili, da wollte ich Bahamut noch fertig lernen. Also Vivi und Vivi auch noch was fertig kommen. Warte mal ganz kurz, warte mal kurz. Warte kurz, ich glaube da bin ich zu früh, ne? Soll ich sie doch auf 50 machen? Vivi ist eh gleich 50. Ich mache sie auf 50, gutes Ausdruck. So, 50, dann war man eh schon brav. Und dann kommen die nächsten Schrank. Die nächste, die nächste, die nächsten kommen. So, nach Gegner. Na, da ist er schon. Oder sie. Da riebst du uns an, die Sau. Frechheit, sowas. Echt. Null malieren. Aber nur Null. Da riebst du uns einfach da an, ne? Äh. Nimm mir wieder mal. Na, nimm mir lieber Shiva. Ist zwar billig. Ich meine, günstiger in der Mara-Geschichte. Nur weil sie billig ausschaut, ist sie nicht billig wieder, ja? Was? So. Scheiße. Ah, hat Vivi jetzt abbekommen. Hoffentlich stirbt es jetzt an. Ah, das stirbt jetzt fix. Ja, war klar. Bum, bum. Zitane, du bist schuld. Du warst zu langsam. Ja, er ist schuld. Bum, bum, bum. Level up für Zitane und Steiner und Lilly. Und Vivi hat natürlich nichts bekommen. Super. Na toll. Ich muss es noch langsamer machen. Ich dachte, das geht nicht aus. Naja, da muss ich halt einmal uns ranlassen quasi. Und einmal dann im Gegner oder so. Wenn halt der Krasch spielt. Huch. Jetzt wieder raus. Entschuldigung. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich es jemals geschafft habe, die letzte Beste hier, die Lilly beschwören kann, lerne. Ich glaube nicht, dass ich das hier bekommen habe, Mark. Vielleicht kriegt es mir hier, in diesem Level Play. Gut, kann man lassen. Äh, das spielt leider wieder. Jo, ja, passt. Und weg ist er. Super. Buh, buh, buh. Vivi wird Level up erreicht. Ein Garnett bekommen und starke 2600 Urin. Ja, so langsam häuft sich da ja wieder was, ne? Buh, 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 buh. Mir wäre es schon lieber, wenn es zwei von denen geben würde, pro Kampf oder drei. Ehrlich gesagt, würde sich die Beste ja auch besser ausnutzen. Lass ihn tun. Ruh, gar nicht. Ruh, du bist in der Hand, na? Sau. Wir rufen. Wir rufen Schieber. Wir greifen an. Und dann wäre gut, äh, schon eigentlich abzwapen. Ich bin wieder stur. Ich bin wieder stur. Werde ich wahrscheinlich wieder draufzeigen. Fürchte ich. Absorbieren. Okay, das ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Dann fängt jetzt was. Ja gut, okay. Die Attack bringt sie echt nichts. Die kann sich Bibi sparen. Da ist echt besser, wenn man auf den Boden geht. Wie gesagt, Zeckte kann ich schon einfach kaufen. Ist vielleicht besser. Auf die große... Auf den Eis gar mehr. Statt Eis brown. Ist besser. Ah, ist schön. Super. Das war gut. Das war schön. Das war sehr schön. Das war... Jawohl. Ich glaube Steiner kriegt Level U. Ja, U, U, U. Level Up für Steiner. Subi. Ja, Bibi ist gleich Level 50. Da kann man schon austauschen. Das hört sich verschiefern. Ich weiß, aber ja. Ist leider so. Moment. Hammer kann er was Neues an... Na, das ist immer komplett schädigt mit ihm, ne? Achso, da kommt der Zauber noch. Genau. Richtig. Richtig. Huch. Stimmt. Ability. Schau mal, hat 4. Was kann ich dir denn Gutes anlegen? Thermometer wäre so eine Geschichte, ne? Noch irgendwas Gescheites? Ne, aber doch einfach Thermometer. Dein guter Steiner. Konntest du noch irgendwas Gescheites? Pestizid. Ja, das wäre nicht so schlecht. Auch den Lukas war jetzt was mit Waffefähigkeiten, ne? Okay, die Waffe, das kannst du ja mal den zum Beispiel, oder? Die Lillimaus, die konnte jetzt nur... Genau, Autopotion. Was schon mal. Autopotion. Achso. Ja. Richtig. A-m-m-m. A-m-m. A-m-m-m-m-m. A-m-m-m-m-m-m. A-m-m-m-m-m. A-m-m-m-m. Vielleicht wird es nochmal zwei Parts dauern, hi-hi. Bis alle Level 45, 50 so rum sind. Aber, wie gesagt, ich brauche die Level. Ich brauche die Level und das wird noch schlimmer werden mit dem Level. Das kann ich euch gleich verraten. Waa-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Und, äh, ja. Da, da bin ich natürlich. Ich bin einfach da, wo ich bin, wo ich bin. Delta-Attacke, das hört sich ungesund an. Jep, das war auch ungesund. Lilly ist tot. Noch eine Delta-Attacke. Oh, ja, da kommt, das erinnert mich. Ja, auch hin. Jetzt löschen sie uns komplett aus, oder was? Jetzt mal einer hin. Ja. Jetzt geht noch mal nix mehr, dass die Attacken normalerweise entschärfen. So, wir müssen die Leute wiederbeleben. Lilly-Mäuschen, du zuerst. Ich hoffe, ich kriege sie keine auf die Fresse. Das wäre jetzt nicht so schön. Voll egal, auf alle. Auf die, war klar. Nein, ich bin nicht wieder. Auf die, die. Die Steiner muss ihr sofortigsten Elixier wahrscheinlich nicht einsetzen sparen. Ich bin ja jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt noch nie. Ich bin wirklich nicht mehr. Ich bin jetzt schon mal so angekommen. Auch die hat die Tatsache nicht mehr. Ich bin mein Name. Ich bin mein Name. Die Tränke bringen sie gar nicht so gut, weil es nur das Elixierstark ist, dass sie sich davon schmeißen. Echt scheiße, dass die Elixiere nicht herstellen kann, oder das Werk schon mit mir beobachten. So, wir teilen. Nö, mit Engel einwandeln sie da, ne? Wohl. Und? Ich bin die Stirn jetzt wieder ein. Boah, Glück gehabt. Ähm, ja, Silber heilen ein bisschen. Und wir wechseln. Oh, das ist natürlich jetzt wieder Käse. Jetzt habe ich da kein Nala mehr. Ich muss mit Zidane so anfangen, viel mehr zu spitzeln. Das ist, ähm, die Geschichte, ehrlich gesagt. Weil, ähm, das gibt ein Blunder, macht mich gerade ein bisschen verwirrt, wenn ich sage, wenn ich sage, wenn ich mich ein bisschen klaue, dann steile ich es nicht so gut hin. Ja, warte, gleich. Ähm, ich verwirr mich ein bisschen. Ich glaube, man muss tatsächlich den Gegner ausrauben, ne? Und dort bei seinem Rang zu steigen, ne? Das wäre echt, jawohl, Opal geklaut. Das wäre echt super, wenn ich da immer schön brav rauskriege, ne? Sehr gut. Dann hast du die Witzen wieder. Dann ein Team. Und da war's. Stimmt jemand? Nein, fast. Das heißt, wir machen das Viech jetzt platt. Diebstahl fehlgeschlagen. Wir greifen an. Wenn er es noch überlebt, heilen wir. Dann hat sich alles nicht trocken. Und bis hin? Jawohl. Viech ist hier. Gott sei Dank. Schön. Gut gemacht, Vivi. Och, nö, wann ist denn das passiert? Ja. Ach, geh, komm. Ich hasse das. Die Viecher können das auch. Okay, merkst du das an mich selbst. Die Viecher können das auch. Mehrmals kontrollieren. Jetzt hat Lili ihn eingeholt, wenn du denkst, ne? Ach, nicht schlecht. Lili-Mäuschen. Äh, falsch benutzen. Bitte, Vitra. Da mal. Da mal. Hier, zweimal. Und da dürfte eigentlich ein kleines reichen. Jo. Ah. Ah, dazu zweimal. Wer fließt. So. Da. Husch, husch. Und weiter geht's. So. Na, da, 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 da. Da, 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 da. Na, kommt's? Hallo? Wo geht's auch? Haha. Na ja. Ach, nö, die drei schon wieder. Jetzt muss ich wieder aufpassen. Die Delta-Formationen. Die Delta-Formationen. So, ich muss jetzt dringend schauen, dass... Äh, das könnte ich jetzt mal kaputt gehen. Äh. Jetzt kommt die Delta-Attacke. Okay. Okay. Zumindest ein bisschen. Oh, Vivi ist sauer. Vivi ist sauer. Ähm. Wir müssen wieder belegen. Back ziehen. Wir stimmen jetzt an. Voll gar. Einmal. Gut, er bleibt noch da. Glück gehabt. Wir stimmen jetzt weiter. Zweite Folge. Das ist nicht so cool bei mir. Wieder zu sein. Aber dann bleiben wir ab. Jetzt ist da eine hin wahrscheinlich. Jawohl. Jetzt haben wir noch einen. Doch zuerst muss Lili wieder auf der Stehe. Boah, hoffentlich bringen sie jetzt. Bringen sie jetzt nicht zu Daniel mit. Pulscht, die Bits. Folge, ja. Wer kriegt's ab? Vivi. Okay, das ist schon gut war. Das heißt, ähm. Folge. So. Dann ist er wahrscheinlich kaputt. Bede kann ich verheilen. Macht aber nix. Ich hoffe, dass sie sich in der Praxis mit mir nicht verbraucht. Na, hab ich gehabt. Was, der ist auch erledigt. Sehr gut. Bravo. Sehr gut. Und... Boop, boop, boop. Der bleibt vier Zitane. Noch jemand? Nein, dabei nicht. Passt. Und? Die gute Lili. Darf schon wieder heilen. Wie wahnsinnig. Wir nutzen. Wie trau. Einmal. Zweimal. Einmal. Einmal. Dann vita. Äh, einmal. Einmal. Dann zweimal. Okay, dann da auch. Gut. Jetzt passt das. Sehr gut. Äh, wie schaut's Mara technisch aus? 88 hat Lili noch. Äh, Steiner. Okay, da müssen wir mal... Ach, ich hätte zelten. Boah. Ich muss zelten gehen. Ich hätte gleich zelten sollen. Entschuldigung, ich hab mich geschaut aufs Mara. Wieder mal. Hallo, Herr Mung. Oder Frau Kukri. Wir möchten gerne zelten. Ich würde es jetzt mit einmal. Vielleicht heilt es doch komplett. Und ich hab mich nur vertan. Ich bilde mir ein, irgendwann war mal der Zeitpunkt, da hat es mich nur zur Hälfte oder so geheilt. Schau mal. Ähm. Okay, es ist verschmerzbar momentan. Heilt noch nicht gut. Heilt noch nicht gut. Kann ich lassen. Kann man lassen. Ist noch... Ist noch verschmerzbar. So, der Barmut braucht auch recht lange, bis er fertig ist. Ähm. Ich schätze, so um die 10 Kämpfe wahrscheinlich oder so 15 Minuten wahrscheinlich. Bis der erwähnt worden ist. Warte. Dann schau mal so. Ich bin jetzt mit dem Sack. Shiva war hier gut, ne? Steiner mit seinem Schwertelein. Und Lili mit seinem Eiszauber. Eisgarst. So. Wir klauen weiterhin, bis sein Havi nichts ist. Und Eisgarst. Wär schön, wenn er umfällt. Und kaputt. Noch nicht. Okay. Jetzt ist es nicht. Jetzt ist es komisch. Ich wurde es nicht da. Schmitz merkt so meine E-P da. Eine kleine Wiese ist die. Das wird aber hoffentlich gleich kaputt sein. Steiner. Weiter deines Amtes. Jawohl. Sauber. Normalerweise dürfte jetzt keiner, äh, ja, infiziert sein. Also, ja. So ist es auch. Yeah. Ich sehe schon ein Problem. Hier Steiner. Und ich glaube die Vivi. Jawohl. Und wird sich Lili auch aus. Nein. Aber Steiner und Vivi. Ein Level ab noch für den Vivi. Dann ist er schon mal dabei wieder auf der Ersatzpark. Äh, wir haben Mana-Probleme, ne? Ja. Wir haben Mana-Probleme. Das heißt, wir brauchen wieder ein Zelt. Weil da eine Gruppe da uns das still mitzutzt hat. Diese fiese, wiese Gegnernudel da. Ja. Ja. Ist so. Danke dir. Das ist es erst einmal. So. Dab, dab, dab. Dab, dab, dab. Dab, dab, dab. Ich weiß, es gibt spannenderes. Aber was ist das? Dab, 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 dab. Das muss gemacht werden. Für die Gruppe. So. Also. Nein, warte. Mit uns die Bitsen. Oh, das hat Reiangriff. Fehler gemacht. Oparl mit Klaut. Wir rufen. Das werde ich bereuen. So. Steiner. Wie, wie. Oh. War wunderbar. Yeah. Schmerz. Ich weiß. Er ist so fuhr. Ja. Jawohl. Bravo, Lady. Jetzt kommt der Delta an den Griff. Das lässt sich. Oh. Nein. Haben wir ein Glück. Hoffentlich braucht jetzt keiner dieses Wack zu. Das wäre jetzt gut. Na. Haben wir Glück? Ist er hin? Ja. Ja. Das war cool. Das war cool. Bravo, Leute. So Pini. Mein Wisch. Jawohl. Vicky hat Kondor-Zauberlehrt. Und hohoho. Für Lily. Gut. Level ab. Nämlich. Opal. Phoenixfeder. Und 2300. Kiel. Ach, wie schön. So. Kann jetzt der gute Vivilein noch etwas lernen? Ich glaube nicht, ne? Ich werde dir Rotkäppchen geben müssen, weil eventuell kann mir etwas anderes noch dieses Häubchen kaufen. Kraft, die das ist, da kann ich schauen, wie lustig bin. Das wird nicht besser. Kals durch. Na. Anlegen. Ich will es aber mit Lily-Mäuschen probieren. Das war jetzt hier ein Rotkäppchen. Kannst du mit dem was anfangen? Na. Du kannst vergessen. Puh. Ich will sie nicht. Okay. So, wenn es jetzt gut läuft, können wir Lily und Vivi dann Huch, Entschuldigung. Lily und Vivi dann austauschen. Schaut es mal anatomisch aus? Sie ist noch okay. Ich weiß, das hört sich immer so gemein und brutal an, aber ja. Was soll's? Ist leider so. Dann werde ich, denke ich mal, die zwei Schwächsten mitnehmen. Ich denke mal, es wird Freya sein und wahrscheinlich Quina. Ah, komm. Ich könnte aber auch Eiko mitnehmen. Das wäre Eiko, muss ich mitnehmen. Ich brauche jemanden zu heilen. Das geht, oder? Und Geruch. Ist das eine Gruppenbringens? Äh, Vakzin eventuell? Nein, das ist nur das. Okay. Ähm, wir greifen an mit Eisgar. Wir rufe Shira und machen jetzt mal kurz, äh, geben jetzt kurz Ruhe. Ich weiß jetzt nicht, weiß, was als nächstes kommen tut. Und weil ich fühle mich schlimmer ist. Es fühlt, okay, nicht schlimmer ist. Er macht voll gut. Er ist wieder ein bisschen mits, ne? Diese kleinen, miese, fiese. Jawohl, Steiner, brav gemacht. Super. Metilin hat erlernt, der gute Steiner. Sehr brav. Level up vielleicht auch noch jemand? Nein, aber scheinbar beim nächsten Mal dann. Super. So, gehen wir mal kontrollieren. Also, warte, kontrollieren, ja. Vorher noch zuerst die Augen tropfen. So, das kann er wieder sehen. Äh, anlegen. Hat Lilies ihn gar nicht schon fertig? Ich hab's nicht... Na, fast. Ich hätte es vielleicht nicht mitbekommen, ne? Das war meine Sorge. Halt! Na, was machst du denn da? Venizelin, das war jetzt der Platinhelm. Geben wir ihm den Diamanthelm, wir haben eh noch genug. Fürs Freya darf man auch profetüren haben, aber sonst, ich glaub, während, technisch ist er fertig, ne Steiner. Und dann, ach, da ist was. Madanshi, Apotheker. Okay, das geben wir ihm auf jeden Fall. Das passt gut, bis er dann Level 50 ist, dürfte das dann schon ernährt sein. So. Ich glaube, den einen Kampf noch, wenn's gut läuft, da können wir schon Mivi und Lili auf die Ersatzbank schicken. Und dann wären wir Aiko und ich glaub, Freya werden wir mitnehmen, die beiden. Freya hat, glaub ich, sicher viel zu lernen. Die kommt viel zu selten ins Team, hab ich das Gefühl. Wir greifen an. Ich lache viel zu viel, tut mir leid. Das ist halt das, was ich kann. So, einmal die volle geht sich aus. Oh, Shiva-Dop-Dop. Huiiiiiii. Da hab ich nur noch recht nicht weiß, wer eben dieses Taktik jetzt abbekommen. Könnte aber mal schauen, ob's entschieden hat. Darum nicht. Hebstahl fehlgeschlagen, das ist nicht so kass. Und gut, und jetzt wir mal warten. Normal ist der auf dem Boden herumkabelt. Na nü, macht er jetzt was? Ah, jetzt. Okay, wir können draufhauen. Äh, Vollgas, nehm ich. Ähm, so. Uh, schnell toll. Das war jetzt nicht so kass, weil Steiner das jetzt abbekommen hat. Ah, je, hoffentlich krieg's viel. Boah, nochmal. Mit Animation. Shiva mag den Auftritt scheinbar. Ähm, dann muss ich jetzt leider trotzdem warten. Ich werde ihn selber, wenn's geht. Ähm, das war das schnell. Bald, ja, ich glaube, ich gehe, das in Trupp sucht, Oder muss er? Nur Handsteine gibt's. Ich glaube, ja. Trupp sucht, bezahlt aus. Überrasse einfach mal. Magnezyn-Schnitz. Okay. Okay. Sehr gut. Für Steiner Geht sich auch viel Evi aus? Ach, grad nicht Aber beim nächsten Beim nächsten sogar fix Ach, gut So Der Gute bekommt wieder seine Oh, klein dröpfchen So Beim nächsten jetzt, aber diesmal wirklich Da haben wir dann eben 50 Und das gleich zweimal Das heißt, Aiko und Freya Ich glaube, ich werde die beiden nehmen Wenn sich nicht was anderes ergeben Wenn Tate tut Oder Wüte tut Ja, da riebst er gerade Es mag ich Wieder mit Eiska Ja Klaue halten Keine Ahnung, oh Keine Ahnung, ob es das bringt Ich weiß nicht dazu Aber, ja, sowas So, einmal die volle Länge Und dann drauf achten Ah ja, Bibi bekommt schon Das heißt, er wird gleich von Titane Höchst nah an der Tutschspitzen Bibi kann sich eigentlich selber heilen Selbst ist der Mann So So Backtisch, die Biest Absorbiere Und die Delift gibt wieder Vollgas Das heißt, er hat sich jetzt auch So Ein Habe nichts Okay, auch nicht schlecht Busch Jol Steiner hat es gerichtet Bravo Guter Mann So Brav Yeah Bibi Bibi Für Lilly Für Lilly Zitane Und Lilly hat obendrein noch Barmut gelernt Wie schön Das könnte ja gar nicht besser passen Das bedeutet Die Gute bekommt jetzt etwas ausgerüstet Was ihr zuge... Achso, okay Nicht Gar nicht Hammer genug Okay Aber vielleicht kann sie noch was anderes Ich glaube, du kannst du noch was lernen Jawohl Die gehen wir ihr mal Ähm Und Hat sie mit 5 Abilities auch noch nichts Brauchbares Was ist denn das? Verhindert Schlaf Da unten Verhindert Confus Nehmen wir das zuerst Jo Ich denke, ja So Und zurück Na, nicht so So Da bin ich raus So Wir machen Servus Da So Malte da Ich will Zelten Einmal zuerst Zelten Bitte Dass wir einigermaßen gesund Und genesen sind So Und jetzt da Wo wir die Gruppenmitglieder tauschen So Lilly Ich danke dir Jetzt kommt dir gleich das süße Eikow Und statt Bibilein Kommt die Freya Glaube ich Jemand nötiger Mahagon jetzt nötiger Ahaha Nehmen wir Mahagon mit Ich war mir nicht sicher Ob jetzt Freya Ähm Sag ich mal Schlechter dran ist Oder Mahagon Und ich sehe gerade Die Zeit ist aus Das heißt wieder unser Speicherrhythmus Äh Ritus Nicht Rhythmus Ritus Ist wieder fällig Äh Ich war mir nicht sicher Ob Freya schwächer ist Jetzt oder Mahagon In dem Freya ist Mahagon schwächer Das heißt Er kommt zuerst dran Jawohl Er ist dran So Da Da Dann Ich Und Ruf speichern Jo Prima Na gut ihr Lieben Das war's dann wieder Für heute Ich bedanke mich wieder Von ganzem Herzen Fürs Zuhören Fürs Zuschauen Wünsche ich einen schönen Tag Einen schönen Abend Je nachdem Wie das Video schaut Und wir hören uns Beim nächsten Mal Tschüssi